Karte mit allen Koordinaten OSM, Google oder Bing Die Schlacht bei Arkis Sueraube war eine Schlacht der Befreiungskriege und ereignete sich vom 20. bis zum 21. März 1814. Zu diesem Zeitpunkt war Napoleons Lage praktisch aussichtslos, denn er führte einen Mehrfrontenkrieg gegen Russland, Preußen, Großbritannien und Österreich. Bei Arkis Sueraube prallte die französische Armee mit 28.000 Mann auf die ihnen fast dreifach überlegene österreichische Armee unter Feldmarschall Schwarzenberg mit 80.000 Mann. Vorgeschichte Nach dem Sechstage-Feldzug vom 10. bis 14. Februar 1814 in dem Napoleon der schlesischen Armee Unterblücher mit weit unterlegenen Kräften vier Niederlagen in einer Folge beigebracht hatte, zog sich jener nach dem 1. März 1814. nach Norden bis hinter Reims zurück, um sich dort bei Lahren am 4. und 5. März mit den Chor unter Bülow und Winzinger Rode zu vereinen, die durch Belgien herangezogen waren. In Lahren wurde die schlesische Armee am 9. und 10. März von Napoleon angegriffen, der ihr mit ausgewählten Truppen gefolgt war. Napoleon konnte jedoch keinen entscheidenden Erfolg erringen und wurde zurückgeschlagen. Er ließ daraufhin das Kurmarmund und die junge Garde unter Mortier als Deckung zurück und zog wieder nach Süden. Seine Absicht war es Schwarzenbergs böhmische Armee in ihren einzelnen Truppenteilen anzugreifen und zu schlagen, wie dies im Februar mit der schlesischen Armee so erfolgreich gelungen war. Nach der Rückeroberung von Reims am 13. März 1814 blieb Napoleon drei Tage in Reims, ordnete seine Truppen neu und erholte sich von einer Erkältung. Marschall Ney aber erreichte bereits am 15. März 1814 mit etwa 6000 Mann, davon 800 Reiter der Ehrengarde, Challenge on Champagne, das er sofort besetzen ließ. Am 17. März 1814 marschierte Napoleon mit der alten Garde zwei Kavaleriedivisionen und der Reserve Artillerie von Reims nach Eparnai, wo er von den Bewohnern begeistert empfangen wurde. Zur Morgendämmerung des 18. März 1814 marschierte die alte Garde weiter nach Ferry-Champagneus, das auch Napoleon mit den anderen Truppenteilen am selben Tage um 16 Uhr erreichte. Dort erfuhr Napoleon, dass sich die böhmische Armee unter Fürst Schwarzenberg bereits auf dem Rückzug nach Treus befände. Er beschloss sofort über Aube und seine hinaus nach Süden vorzustoßen und die Koalitions-Truppen zu verfolgen. Marschall Ney führte seine Truppen ebenfalls nach Süden in der Richtung auf Treus bis Meili-Champ 48. 6.708.144,217634. An diesen Tage wurde die französische Reiterei unter Sebastiani weiter im Westen vor Sesane in eine Auseinandersetzung mit Kosaken des russischen Generals Kaysaro verwickelt. Die Kavalerie Ney stieß mit österreichischen Ulanen des Generals Fremont zusammen. Am Vormittag des 19. März 1814 rückte die französische Garde-Kavalerie bis zu dem Dorfe Bulages 48. 5.744.493,914137 an der Aube vor. Die Fußtruppen und die Artillerie folgten nach. Die Truppen Marschall Ney gingen über Herpisse 48. 635.834,111762 und Champ Fleury 48. 6.177.044,006233 nach Plancy 48. 5.667.253,936024 vor. Die französischen Pioniere begannen damit die Brücke bei Plancy so schnell wie möglich wiederherzustellen. Um 15.00 Uhr am 19. März 1814 überschritt Napoleon mit seiner Kavalerie die Aube bei Plancy und eilte nach Marie-Euer seine 48. 5.073.363,889697. Die Brücke dort wurde von der Nachhut der Württemberger verteidigt aber die französischen Dragona und Ulanen fanden eine Furt, bei der sie die Seine durchqueren konnten, fielen den Württembergern in den Rücken und trieben sie in die Flucht. Die Division des Reitergenerals Ledort eroberte bereits in der Dunkelheit einen wertvollen russischen Pontonzug, der von Pont-Euer seine 48. 5.145.583,598022 herunterkam. Um 19.00 Uhr an diesen Tage befanden sich alle Korps der böhmischen Armee auf dem Rückzug auf oder hinter Kreuz mit zwei Ausnahmen, die Kosaken Kaisaros und die Nachhut des Gorvrede, die noch bei Arkes-Euer-Aube stand und Plancy beobachtete. Napoleon kehrte noch in der Nacht mit der Garde-Kavallerie nach Plancy zu seinen Fußtruppen zurück. Nur die Kavallerie-Division unter Ledort und Bergheim blieben bei Marie-Euer seine. Napoleon überdachte in der Nacht in Plancy seine Strategie und schrieb am nächsten Morgen des 20. März 1814 an seinen Kriegsminister in Paris. Er werde sich über Vitry-les-Francois 48. 7.260.484,585118 nach Osten bewegen. Es ist anzunehmen, dass Napoleon nicht erwartete, auf diesem Wege auf Koalitions-Truppen zu stoßen. Am Morgen des 20. März 1814 gab Napoleons Generalstab die Tagesbefehle heraus und wies alle Truppenteile an, sich nach Osten zu bewegen. Ney, Ledort und Sebastiani, der am Vortage Kaisarus-Kosaken bei Chani 48. 5.529.643,944521 über die Aube getrieben und bis zu dem hierbei in Flammen aufgehenden Dorf, Puan 48. 5.430.064,060478 weiter verfolgt hatte, sollten am Südhufer der Aube weiter auf Arkis-Sue-Aube vorrücken und vor der Startpositionen einnehmen. Die Ehrengarde, die Alte Garde und die Reserve-Artillerie sollten am Nordhufer der Aube-Arkis-Sue-Aube passieren und weiter auf Vitry marschieren. Marshal MacDonald, der mit zwei Korps noch bei Willen-Auxer 48. 5.896.233,553773 stand, wurde angewiesen unverzüglich nachzufolgen. Die Korps unter Marmont und Mortier sollten über Zellens und Champagner nachrücken. Über die Absichten seines Gegners befand sich Napoleon im Irrtum. Der österreichische Oberkommandierende der Koalitionsstruppen Fürst Schwarzenberg hatte am Nachmittag des 17. März 1814 erste Nachrichten davon erhalten, dass Napoleon mit seinen Truppen Reims eingenommen und das kleine Korps unter Saint-Priest aufgerieben hatte. Diese Nachricht löste im Hauptquartier der Koalitionsstruppenbestürzung hervor, besagte sie doch, dass Napoleons Truppen in der Schlacht bei Lahn keineswegs entscheidend geschlagen worden waren und dessen Truppen viel näher waren als erwartet. Schwarzenberg ordnete sofort den Rückzug des Gros der böhmischen Armee in Positionen östlich von Treus an. Am 18. März 1814 trafen Nachrichten vom Heranrücken der französischen Streitmacht ein. Am Abend dieses Tages fuhr Zar Alexander von seinem Quartier in Treus zu Schwarzenberg, der sich in Arkes-Sue-Aube befand und von einem schweren Gichtanfall ans Bett gefesselt war. Alexander traf um 18 Uhr im Hauptquartier Schwarzenbergs ein und brachte seine Besorgnis über die Gefahren zum Ausdruck, die von den herannahenden französischen Truppen und Napoleons Führung ausgingen. Schwarzenberg stimmte dem Zaren zu und als dieser um 20 Uhr wieder abfuhr, gingen auch weitere Befehle Schwarzenbergs hinaus, die einen beschleunigten Rückzug hinter Treus anordneten, um zu verhindern, dass sich Napoleon mit einem kühnen Stoß nach Süden zwischen die Korps der böhmischen Armee schieben konnte. Am nächsten Tage aber, dem 19. März 1814 erkannte Schwarzenberg, dass die böhmische Armee den herannahenden französischen Truppen weit überlegen sein musste. Insbesondere wusste Schwarzenberg, dass sich MacDonald mit seinen Zweikor noch in einiger Entfernung befand. Im Bewusstsein der deutlichen Überlegenheit seiner Armee befahl Schwarzenberg seinen Truppen am 19. März um 15 Uhr sich südlich von Arkes-Sue-Aube in Erwartung eines Gefechtes in Stellung zu bringen. Topografie des Gefechtsfeldes Östlich ihrer Einmündung in die Seine meandert die Aube in einem weiten, flachen Tal von Ost nach West, an beiden Ufern durch breite Sumpfgebiete und viele Nebenarme begleitet. Arkes-Sue-Aube liegt am Südufer der Aube. Am nördlichen Ortsausgang befand sich eine Brücke über den Hauptarm des Flusses, der sich nach Norden ein etwa ein Kilometer langer Damm durch das Sumpfgebiet anschloss. Dieser Damm selbst enthielt fünf weitere kleine Brücken über Nebenarme der Aube. Im Süden steigt das Tal langsam zu einem Höhenzug an, hinter dem sich weites flaches Land erstreckt. Besondere Bedeutung kam dem Fluss Babuse zu, der westlich Arkes-Sue-Aube zwischen seine und Aube von Süden nach Norden fließt, dann aber bis zu seiner Mündung in die Aube 48. 5.496.833,96615 wenig südlich der Aube nach Westen fließt. Ihn begleitete ein breiter Streifen sumpfiges und sehr tiefgründiges Gelände, das von Artillerie und Kavallerie nicht und von Fußtruppen nur mit großer Mühe passiert werden konnte. Dieses Gewässer trennte die feindlichen Truppen westlich von Arkes und verhinderte dort Gefechtshandlungen. Ereignisse am 20. März 1814 Um 9 Uhr morgens erließ Schwarzenberg den Tagesbefehl, indem er anordnete Arkes-Sue-Aube zu räumen, indem er des Weiteren aber seinen Truppen die Positionen für einen Angriff auf die französischen Truppen anwies. Hierbei bewies er die Klugheit, das Kro seiner Truppen hinter den südlichen Anhöhen aufzustellen, wo sie von der Stadt aus nicht gesehen werden konnten. Napoleon hatte seinen Truppen befohlen, sich von Plancy aus nach Osten zu bewegen und Arkes-Sue-Aube einzunehmen. Er verzichtete damit darauf, auf weitere Truppen, insbesondere das Gore MacDonald, zu warten, das dann auch in der folgenden Schlacht mit Ausnahme einer Division nicht zum Einsatz kam. Die Infanterie unter Marschall Ney marschierte am Nordufer. Die Reiterei unter Sebastiani rückte am Südufer vor und nahm Arkes-Sue-Aube ohne Widerstand ein. Die Infanterie setzte auf das Südufer über, besetzte die Stadt und bezog weitere Stellungen südlich davon. Napoleon traf um 13 Uhr in Arkes-Sue-Aube ein. Dort berichteten ihm seine Marschalle. Sie hätten starke Kontingente feindlicher Truppen beobachtet und vermuteten die Hauptarmee Schwarzenbergs in unmittelbarer Nähe. Napoleon ignorierte diese Mitteilung, da die Koalitions-Truppen von Arkes-Sue-Aube aus nicht zu sehen waren. Mit der Ausnahme herumschwärmende Kavallerie. Um 14 Uhr begann die Schlacht mit einer aus der Situation heraus entstehenden Kavallerieattacke der Koalitions-Truppen auf deren linkem, westlichen Flügel. Die vorgerückten französischen Reiter waren der feindlichen Übermacht nicht gewachsen, wurden in die Stadt zurückgetrieben, rissen dabei die Infanteristen mit unter denen sich Panik ausbreitete. Es soll Napoleon selbst gewesen sein, der sich an der Brücke von Arkes-Sue-Aube mit gezogenem Degen den Fliehenden entgegenstellte und Widerordnung schuf. Dann konnte die Garde Artillerie in Stellung gebracht werden, die die angreifende Reiterei unter Beschuss nahm. Weitere Infanterie wurde über die Brücke herangeführt, der es gelang, die feindliche Kavallerie zurückzuschlagen und Arkes-Sue-Aube zu behaupten. Zur gleichen Zeit griffen Koalitions-Truppen von Osten das vor Arkes-Sue-Aube gelegene Dorf Grand-Torsi an und vertrieben die dort sitzenden Truppen des Maschallnai. Wieder soll es Napoleon selbst gewesen sein, der unter Gefahr für sein eigenes Leben seine Truppen zurückführte, um verlorenes Terrain zurückzugewinnen. In der Folge entwickelte sich ein sehr blutiger Kampf um dieses Dorf der bis tief in die Nacht dauerte. Da sowohl Arkes-Sue-Aube als auch Grand-Torsi in Brand geschossen wurden, gaben die brennenden Häuser die Beleuchtung dazu ab. Gegen 21 Uhr sammelten sich die französischen Reiter Sebastianis nochmals um die Niederlage vom Nachmittag wegzumachen. Nur langsam gelang es den Koalitions-Truppen ihre Kavallerie nochmals in ein nächtliches Gefecht zu führen. Schließlich gelang es Sebastianis Reiter auf Arkes-Sue-Aube zurückzutreiben. Nach dem Bericht einiger Quellen waren am Ende dieses Tages die Verluste der Koalitions-Truppen größer als die der Franzosen. Ereignisse am 21. März 1814 In der Nacht hatten Kundschafter an das Hauptquartier Schwarzenbergs gemeldet, dass nördlich der Aube bei Plancy zahllose Biwakfeuer der französischen Truppen zu sehen seien. Schwarzenberg, der die Zahl der napoleonischen Truppen schon wegen ihres Kampfesmutes um das Doppelte überschätzte, war beeindruckt. Erst um 11 Uhr am 21. März 1814 gab er den Tagesbefehl heraus. Von der Angriffsbereitschaft des Vortages war darin nichts mehr zu lesen, aber immerhin wies er seine Truppen im Wesentlichen an, ihre Positionen zu halten und einen französischen Angriff zu erwarten. Gegen 7 Uhr am Morgen des 21. März 1814 traf endlich Verstärkung für die französischen Truppen ein. Zum einen die Infanterie der Division Lefebvre des Nuettes unter dem Kommando von General Henrion, zum anderen die 1. Division der Corps von Marschall MacDonald unter dem persönlichen Kommando von Marschall Audinot. Am späten Vormittag befahl Napoleon gegen 10 Uhr Marschall Ney und Reitergeneral Sebastiani den Angriff nach Süden. Als diese unter Artilleriebeschuss den Kamm der südlichen Anhöhen erreichten, sahen sie zum ersten Male die gesamte Masse der Hauptarmee vor sich. Sofort baten sie den Kaiser zu sich, der dieser Bittefolge leistete, um sich selbst ein Bild zu machen. Ohne das geringste Zögern revidierte Napoleon seine Pläne und ordnete den sofortigen Abzug seiner sämtlichen Truppen nach Norden an. Dies erfolgte um 12 Uhr mittags. Marschall Audinot wurde kurz darauf angewiesen, mit 6.000 Mann diesen Rückzug zu decken. Unterstützt wurde er hierbei zunächst von den Reitern Sebastianis. Damit nicht alle Truppen über die enge Brücke in Arkes-SU-Eaube zu gehen hätten, wurde bis 14 Uhr eine Behelfsbrücke nördlich davon errichtet, die aber nur über sumpfiges Gelände zu erreichen war. Ein Teil der Kavallerie konnte darüber retirieren, bevor sie von den eigenen Truppen vor dem vordringenden Feind wieder zerstört wurde. Andere Teile der Kavallerie versuchten später, als die Brücke in Arkes-SU-Eaube vollständig von Infanterie verstopft war, mit ihren Pferden schwimmend über die Aube zu entkommen und erlitten dabei herbe Verluste. Wieder andere Reiter trieben ihre Pferde so rücksichtslos über Brücke und Damm nach Norden, dass Infanteristen heruntergeworfen wurden. Die Koalitionsstruppen verblieben zunächst in Ehrenstellungen. Die Erkenntnis, dass die Franzosen abzogen, setzte sich nur langsam durch. Erst als man massenhaft Infanterie über den Damm nördlich von Arkes-SU-Eaube abziehen sah, wurde dies Gewissheit. Um 14 Uhr wagten sich die ersten Kontingente der Koalitionsstruppen hervor und drängen nach Arkes-SU-Eaube vor, das aber von den Truppen des Marschalls Audi Notbravourös verteidigt wurde. Dazu hatten diese in aller Eile Drängwagen herbeigeschafft, hinter denen sie für einige Zeit Deckung fanden. Um 15 Uhr beauftragte Fürst Schwarzenberg das am weitesten im Osten stehende Chor des Generals Wrede weiter flussaufwärts über die Aube zu gehen, um die französischen Truppen aufzuhalten. Da die Franzosen alle Brücken und Furten zerstört oder besetzt hatten, musste das Gros des Chor Wrede bis Lesment 48. 4.281.184,411225 zurückgehen, um über den Fluss zu kommen. Nur die Kavallerie konnte eine unbewachte Furt bei Rameerubt 48. 5.105.214,292135 nutzen. Auf französische Truppen trafe das Chor zunächst nicht. Um 15.30 Uhr erteilte Fürst Schwarzenberg dem Kronprinzen Wilhelm von Württemberg, der sich in den letzten Wochen als umsichtiger und zupackender Herrführer hervorgetan hatte, den Befehl, der Rest des Kriegsgeschäftes an diesem Tage zu erledigen. Der Kronprinz erledigte die Aufgabe rigoros. Zunächst ließ er die verfügbaren 80 Geschütze in einem weiten Halbkreis um Arkes UR Aube in Stellung bringen und das Feuer auf die Abzienten, Franzosen eröffnen. Diese fanden in den verstopften Straßen der halb niedergebrannten Stadt keine Deckung und erlitten hohe Verluste. Die Geschütze reichten bis zum Damm, der sich nordwärts an die Brücke anschloss. Diese Aktion wurde bereits in zeitnah Literatur als menschenmordende Schlechterei qualifiziert. Von beiden Seiten drängen sie in die Stadt ein, in der es nun zu anhaltendem Kampf mit dem Bayonettmann gegen Mann kam. Die Verteidigung konzentrierte sich auf die Zugänge zur Brücke, die sie immer wieder frei kämpfte, um ihren Mannschaften den Abzug zu ermöglichen. Hier wurden die Franzosen von General Chasse geführt, der für seine Rücksichtslosigkeit bekannt war. Bevor sich alle seine Männer in Sicherheit gebracht hatten, ließ dieser die Brücke in Brand stecken und nahm auch die erste Brücke im Damm fort. Die in auswegloser Lage zurückgebliebenen Franzosen mussten sich der Gnade des Feindes ergeben. Einige hundert kamen noch in Gefangenschaft. Die folgenden Tage, noch in der Nacht vom 21. März 1814 auf den 22. MacDonald traf noch in der Nacht mit Napoleon zusammen, der ihm erklärte, dass er keineswegs einen Rückzug plane, sondern im Gegenteil nach Osten gehe, um den Koalitionsstruppen deren Rückzugslinie zu sperren. Am nächsten Tage, dem 22. März 1814, besetzte Marschall Audinot mit seiner Division das nördliche Ufer der Aube gegenüber von Arches SU Erabe von Normes 48.0514.444,116054 im Westen bis Lee, Chen 48.0585.474,177165 im Osten. Entlang der gesamten Uferlinie ließ er Geschütze auffahren und verhinderte so den Übergang der Koalitionsstruppen über den Fluss ebenso wie die Reparatur der Brücken. Das Chor Rajewski folgte ihm. Am Nachmittag war der Übergang vollendet und beide Chor standen am Abend des 22. März 1814 zwischen Rami Rupp Dampier 8 und 40.0513.874,368117 und Lütre 8. 45.05676.914.249.864. Das Gorvrede stand zwischen Korbeil 48.05779.844.425623, Breban 48.05790.214. Die Brücke über die Aube konnte erst in der Nacht zu 23. März 1814 bis 7.30 Uhr des nächsten Morgens wieder hergestellt werden. Marshal MacDonald hatte zu diesem Zeitpunkt seine Truppen zwischen Lécheen 48.05.484.475 und Dossnon 48.6.115.194.229.822 zum Abmarsch gesammelt. Als sie über Truans 48.630.984,235744 und Sompuy 48.6.841.614.377623 auf Vitry-Lé-Francois 48.7.260.484.585118 zuzogen, wurden sie zunächst von den Koalitions-Truppen des Kronprinzen von Württemberg später von denen General Vredes beobachtet. Den ganzen Tag bis 23.00 Uhr gab es Gefechte zwischen den verschiedenen Truppenteilen. Dennoch entkam MacDonald mit seiner Armee unter Verlust einiger Bagage und mehrerer Geschütze, die ihm Kosaken zunagelten. Über die Brücken über die Mahner bei Frinicourt 48.7.011.514,587404 südlich von Vitry, die Napoleon am Vortage hatte errichten lassen. Hierbei unterstützte ihn Marschallnay, indem er den Ort Kurdemanges 48.69.474,540915 besetzen ließ, den Vrede nicht zu umgehen wagte. Vitry war von über 5000 Mann preußischer und russischer Truppen besetzt, die über 40 Geschütze verfügten, darunter einige schwere 12 Fünder. Letztere setzten sie sofort ein, als sich die französischen Truppen unter Marschallnay nährten. Dieser versuchte am 22.03.1814 und am 23.03.1814 die Besatzung Vitry zur Übergabe zu überreden, wobei er drohte, die Stadt zu beschießen. Diese Drohung stellte eine ernste Gefahr für Bürger und Besatzung dar, da fast alle Häuser der Stadt aus Holz gebaut waren. Man hatte dort nicht einmal ein einziges festes Gebäude gefunden, das geeignet war, um darin Munition zu lagern. Am frühen Nachmittag des 23.03.1814 traf die Division Jera der Truppen von Marschall MacDonald vor Vitry ein. Marschall Ney zog mit den Seinen über die Brücken bei Frinicotte auf der Straße nach Saint-Dizier ab, ohne Vitry großen Schaden zugefügt zu haben. Napoleon verbrachte die Nacht auf den 22. März 1814 in Sompuy 48.6.841.614,377623. Am nächsten Tage zog er mit seinen Truppen weiter auf Vitry-les-Francois. Marschall Ney wurde angewiesen, Vitry zu besetzen, um den Übergang über die Mane zu sichern. Während Napoleon mit den Gardetruppen in Frinicotte 48.7.011.514,587404 auf zwei schnell errichteten Behelfsbrücken die Mane überschritt und sich dann, Nach Saint-Dizier-Wante, vor Fermont 48.6.903.654,715538 trafen die Franzosen auf einen starken preußischen Nachschubdräng, der von zwei Bataillonen preußischer Jäger begleitet wurde. Das erste Bataillon wurde von den Franzosen sofort in die Flucht getrieben. Das zweite wehrte sich standhafter. Es gelang diesen Jägern noch 80 neue Potos zu verbrennen, ehe sie sich zurückzogen. Immerhin fiel den Franzosen eine große Menge Material in die Hände, darunter fast 500 junge Kavalerie-Pferde. Napoleon verbrachte die folgende Nacht in Fermont. Am Nachmittag des nächsten Tages dem 23.03.1814 erreichte es Saint-Dizier. Von dort sandte er Kavalerie-Einheiten aus in die verschiedensten Richtungen auch mit dem Auftrag, die Nachschublinie der böhmischen Armee zu stören, die über Chaumont, Longere und Vessol lief. Von der Gegenseite wurde einiges unternommen, um dies zu verhindern. Der russische Generalfeldmarschall Bagli de Tolley, der die russischen Garten und Reserven kommandierte, sandte seinen General Oertel nach Basu-Erbe, wo dieser alle russischen Truppen, krank oder gesund und alle Vorräte, so weit transportfähig, zunächst nach Chaumont brachte, wo er für ausreichenden Schutz seines Gewaltigen zugesorgte und dann über Longere nach Vessol ging, wo alle und alles verblieb. Die Besatzung von Chaumont verließ die Stadt am 24.03.1814 und traf am Folgetage in Longere ein. Am Nachmittag des 23.03.1814 wurden von Koalitions-Truppen zwei Depeschen abgefangen, die aus dem Hauptquartier Napoleons versandt worden waren. Aus ihnen ging eindeutig hervor, dass sich Napoleon bereits in Saint-Dizier befand. Diese Nachricht wurde sofort Fürst Schwarzenberg hinterbracht, der sich mit dem Zaren und dem preußischen König seit zwei Tagen in Pau-G-48. 4.476.134,353542 südöstlich von Arkes befand. Dieser rief sofort einen Kriegsrat ein, der um 15 Uhr zusammentrat. Die Nachricht von dem schnellen Vorstoß Napoleons nach Südosten löste bei einigen Generalen der Stäbe Panik aus. Sie hielten einen sofortigen Rückzug bis Longere, Vessol oder sogar bis Basel für geboten. Die anwesenden Monarchen blieben gelassener und man einigte sich darauf, zunächst die anstehende Vereinigung mit der schlesischen Armee Feldmarschall Blüchers abzuwarten, die von Norden her erwartet wurde. Schwarzenberg kommandierte an diesen Tage ein 100.000 Mann und Blücher 80.000 Napoleon höchstens 44.000. Dennoch wagten es die Kommandierenden der Koalitionsstruppen nicht, den französischen Kaiser unverzüglich in dem nur 60 Kilometer von Pau-G- entfernten Saint-Dizier anzugreifen. Nach dem Kriegsrat sandte Fürst Schwarzenberg eine Depesche an seinen Kaiser Franz II., von Österreich, der sich mit allen wichtigen Mitgliedern seines Kabinetts, darunter auch Fürst Meternich in Bar Sueraube, nur 55 Kilometer südlich von Saint-Dizier, befand. Er teilte dem österreichischen Kaiser die beschlossenen Pläne mit und forderte ihn auf, sich sofort mit seinem Hofstaat nach Dijon zu begeben, da seine persönliche Sicherheit in Bar Sueraube nicht mehr gewährleistet wäre. Tatsächlich reiste Franz II. am nächsten Tage, dem 24. März 1814, mit seinem Kabinett nach Dijon ab und entkam so den französischen Truppen, die bereits am Vormittag des Folgetages, dem 25. März 1814, Bar Sueraube besetzten und noch einige säumige Gesandte und Staatsräte festsetzten. Diese Abreise des österreichischen Hofstaats war das einschneidendste Ereignis des Feldzuges, da nun der Schwiegervater Napoleons und sein Außenminister jeden Einfluss auf die Ereignisse verloren und Fürst Schwarzenberg in Abwesenheit seines Monarchen plötzlich zu neuer Kampfesfreude fand. Straßennahme in Deutschland In München erinnert im Stadtbezirk Maxvorstadt die Arke-Straße an die Schlacht, an der auf alliierter Seite auch bayerische Truppen unter dem Kommando von Wrede beteiligt waren. Auch der ukrainische Ort Aziz leitet seinen Namen von dieser Schlacht ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017